Ihre grüne Familienministerin gegen den liberalen Finanzminister. Wie fanden Sie das? Klingbeil sagte fassungslos, hat er hier auch nochmal wiederholt. Ja, ich weiß, das habe ich auch gelesen. Das finde ich natürlich so ein bisschen bizarr. Nämlich er ist immerhin der Parteivorsitzende der Kanzlerpartei. Und in meinen Augen nimmt das überhaupt nichts weg von der Verantwortung von den Grünen, von der Verantwortung von der FDP. Aber in meiner Analyse, und die sage ich schon seit vielen Monaten, ist das Hauptproblem im Kanzleramt und der Kanzler selber. Nämlich er ist der Regierungschef. Und da geht es nicht darum, dass er als Regierungschef nicht eigene Meinungen vertreten darf. Nicht in so einem Streit, in Auseinandersetzung auch ganz hart für seine eigene Position kämpfen muss. Aber wenn man sich mal geeinigt hat, und das ist in meinen Augen das Problem dieser Regierung, dass diese Einigung, wenn sie stattgefunden hat, dann nicht zählt.